Oh, es ist aber mit dem neuen Leiter ist ein mega geiles Feeling, Alter. Bisschen Angst. Geschneit. Digga, es ist Winter. Es ist Winter? Es ist fucking Winter. Du willst mich komplett verarschen. Es hat einfach geschneit. No way. Nein. Dir ist kalt. Mache mit Stöcken Feuer. No way. Nö, Alter. Ich erfriere auch. Ja, ja. Ich bin durstig. Ist mir jetzt hier warm, Alter. Ich erfriere einfach, während ich davor lauf. Ich müsste Essen holen. Dir ist kalt und du bist nass. Ich trinke jetzt erstmal was. Verliere ich jetzt Leben oder was? Hä, wie sollen wir denn survive'n? Wo ist das Feuer hin? Es ist ausgegangen. Oh, egal. Gut, äh, ja. Exploring? Ja, wir drücken mal ein paar Medis drücken nochmal, ne? Wird wir Bescheid wissen. Ja, let's go. In welche Richtung gehen wir? Um 11 Uhr. Welchen nehmen? Den links, den Fluss rauf, ne? Ja. Ja. Da müssen wir dann irgendwo rechts eh vorbei. Oh, warte mal. Geht's hier runter? Oh, das ist die Area, was wir finden sollten. Hast du Bock? Oh Gott. Ich hol mal einen Leiter raus. Ich trinke mal nochmal meinen letzten Schluck Cola. Oh, es ist aber mit dem neuen Leiter, ist ein mega geiles Feeling, Alter. Bisschen Angst. Ist das so hinter mir? War noch nicht direkt hinter mir. Oh, what? Dieser Raum, das ist dieser, das ist dieser Druckerraum, den du im Trailer gesehen hast. Warte mal. Aus welchem Grund sind hier? Oh, ist es doch nicht, aber, oh, Loot. Was sind das für Räume, Dude? Shit. Oh, hier, kannst du speichern und schlafen. Hier ist ein Manual. Tim LeBlanc, Paralleluniversen. Pfeile. Warte, warte, Pfeile. Warte, warte, Trinkflasche. Maske. Enterhaken. Tech-Mesh. Wir brauchen 250 Milliliter. Wie viel haben wir davon? Ja, ich mach mir auch eine Trinkflasche. Gucken. Machen wir jetzt eine. Ach, hier ist noch was drinne. Wir brauchen das gar nicht benutzen, unseres. Siehst du das? Oh, tatsächlich. Oh mein Gott, ist das nice, Dude. What, was ist das? Dude, ich sag dir, wie es ist. Das ist weird as fuck. Okay, mach du deine. Ja, Glück gehabt, dass ich da durch Zufall jetzt noch gefunden habe, Walter. Hier geht's wieder raus, wahrscheinlich, oder? Nee, oh mein Gott, das ist einfach nur... Was ist das? Was ist das? Schau mal auf die Decke. Was ist mit der Decke los? Ich seh es. Schau dir das hier an. Soll das Eis... Hat da was geschrien gerade? Ich hab nichts gehört, nein. Hörst du nicht den Sound? Ich hör da irgendwie... Ich hör da irgendwie... Soll das... Äh... Ein Lautsprecher so kurz... Hier ist was? Eine Armbanduhr? Nee, ich hab so eine... So eine Neonlampe, die macht so ein komisches Geräusch. Kennst du das, wenn die so ausgehen und so? So, okay. Hier ist Geld. 18 Dollar. Wir brauchen eine Karte. Keycard. Oh, du kannst das... Ich hab ein Elektro-Stick. Wie, du hast... Warte mal, was hast du? Nimm das Ding da raus. Aus dem Ding. Let's go! Let's fucking go! Jetzt fühl ich mich sicherer. Müssen wir da durch das Wasser da? Nee, ne? Nee. Kann es sein, dass wir... ...vielleicht hier einfach gerade nicht reinkommen, ...und es wirklich eine Dive-Dungeon ist? Oder wir schauen... Nee, hier vorne links. Oder? Also ich fühl mich ein bisschen sicherer mit dem Stick jetzt. Aber wie nutzt man den? Einfach zuschlagen, glaub ich. Gedrückt halten. Gedrückt halten. Wenn du zuschlägst, haust du. Wenn du gedrückt hast, machst du Strom. Und dann geht die Batterie runter. Warte. Feldration, Medizin. Sehr gut. Äh, essen, trinken. Ich ess mal was, maybe. Ich hab ne Raw Fish dabei. Aus dann. Äh. Der hat aber auch eine Haltbarkeit, das Ding. Nämlich der Elektro-Schocker. Der hat eine Haltbarkeit? Ja. Wo seh ich das denn? Nee, das sind die Batterien, glaub ich. Das ist der Batteriezustand. Ah, okay. Wir haben genug Batterien, glaub ich. Nee, du kannst ja nicht nachfüllen. Hast du recht. Warte. Nee. Gut, mach mir doch nicht so ne Angst. Diese Musik, die auf gerade auf einmal entstanden ist, als du reingegangen bist, ne? Mach das Licht an! Das Licht an! Ah, okay. Alles ist gut. Warte mal. Wo sind wir hier? Ist alles gut, hä? Was? Hätte ich so ne Angst. Konserven collected. Cool. Das war's dann, glaub ich, hier, ne? Können wir wieder gehen. Hier ist Stoff? Stoff. Ja. Warte, wo ist Stoff? Warte mal hier. Einfach alles E drücken kann man nicht. Ja, ja, ja. Ah, das Ding kannst du ausmachen. Sollte ich das Licht ausmachen? Nö. Nö, das lassen wir an, oder? Ich lass es doch an. Ja, ähm. Let's go. Nimm ne Abwehrhaltung ein. Ich hab das menschliche Schild vor mir. Ich muss keine Abwehrhaltung machen. Du Angsthase. Hier sind ein paar Schädel, die wir mitnehmen können. Hier ist ein Rope. Da ist ein Viech hier unten. Da ist auch ein Rope. Wo ist was? Ropes? Ja, 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 Ropes. Ich hab' eins gesehen. Wir können... Wie kommen wir hier runter? Wo hast du noch Ropes gesehen? Hier, direkt vor mir. Sozusagen. Direkt hier an der Klippe da. Ah, an der Klippe ist noch ein Ropes. Ah, hier können wir runter. Hier ist ein Weg. Okay. Oh, ja, ist ne gute Idee. Wie hast du die entzündet? Äh, Rechtsblick. Ach, mit Rechtsblick. Genau, schmeiß mal ein paar rein einfach. Oh, der ist schon näher gekommen. Achso, der in der Unterhose hier vor uns meinst du, ne? Der ist unter uns. Der kommt hoch, der kommt hoch hier links. Wenn die können. Da sind zwei. Der kommt nicht hoch, der kommt nicht hoch. Da sind ganz viele hier unter uns. Können ich die irgendwie starten oder so? Das ist ne Zeitbombe. Die wird mit der Zeit explodieren, geh ich von aus. Also du musst den Weg freisprengen, 100%. Das Ding tut dir nix. Du kannst da hingehen. Ja, aber meinst du, wir könnten die hinwerfen? Geh am besten, geh am besten nah dran. Geh am besten nah dran. Ja, aber denkst du, wir müssen die anmachen? Weil die Molotovs musste ich anmachen halt vorher. Nicht, dass ich das jetzt halt ins Nichts werf, so. Maybe, ich weiß es nicht. Schau mal kurz. Tastaturbelegerat. Steu mal. Platzieren, C. Also das ist, ne, das ist ein schlechtes Building, ne? Gut Modus. Nee. Wir müssen das Ding wegspringen, 100%. Ich mein, wenn einer von uns stirbt, ist es nicht schlimm, der andere kann ihn wiederholen. Soll ich auch so gehen? Ich hab zwei, ich weiß nicht, wie viele du hast. Ja, ja, ich hab auch zwei. Soll ich testen? Ja, ja, versuch mal. Ja, ich kann die werfen, also muss ich wahrscheinlich rechts klicken, um die anzumachen. Ich probier's, ne? Geh ein bisschen weiter weg. Geh ein bisschen weiter nicht, dass du stirbst. Rechts klicken geht gar nicht erst. Das heißt, ich schmeiß die da hin. Okay, weg. Bevor wir die looten, lassen wir uns die alle killen, ne? Links, links, links. Du. Oh. Oh, das hat's auch gewon-shotet. Das, der in den Arsch rein. Okay, lass uns ein bisschen looten hier, wenn's geht. Hier vorne ist noch einer. Die Armor rettet, ne? Kommst du klar? Ja, ich hab's gekillt. Okay. Den kann man nicht looten. Ich hör ein Radio oder sowas. Warte, ich schau mal, ob ich die kann. Oh. Oh, oh, oh. Ich bin tot, ich bin tot. Ich bin gleich tot. Fuck, 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 dude, dude, dude. Oh, shit. Es ist tot, alles gut? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Warte, Schmerzmittel. Gucken, ob ich das voll lädt. Die hatte ich, die hatte ich aber gut kalt erwischt, Alter. Nee, irgendwie ist das direkt weg. Es sollte mich voll lernen, aber es lädt mich nicht voll. Oh, wahrscheinlich, weil wir kein Campfire haben oder so, dass der Damage irgendwie halt, weißt du, was ich mein? Ja, 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 jetzt muss ich essen wahrscheinlich, ne? Ja, ich muss so was essen, ja, ja. Ich kann alle von denen hier noch aufschliffen. Fuck. She was always dripping. Ja, dude, ich weiß nicht, ob ich da rausschwimmen soll. Soll ich's probieren? Und du meinst, hier ist ein Hai. Beide. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie uns da vor Fliehen gehen lassen. Okay, warte, ich nehme mir mal eine Machete in die Hand. Weiß nicht mehr, ob ich drauf zuschwimme gerade. Ein Hai, 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 ein Hai. Schwimm zurück, schwimm zurück, schwimm zurück. Ich schwimm drauf zu, egal, wenn ich sterbe. Wusstest du, dass es ein Hai hier gibt in dem Spiel? Ich hab's vermutet. Ich kann mir nicht vorstellen können, dass die... Da ist er, da ist er, da ist er. Ja, kletter langsam mal hoch. Tut, die Animation ist die langsamste auf der Welt. Oh mein Gott, der zappelt hier rum, der Hai. Hast du die Pistole collect? Du weißt, dass du eine Pistole aufgesammelt hast, oder? Nein, weiß ich nicht. Wo? Warte, warte, warte. Tatsache, ich hab eine Pistole collected. Kombinieren. Mit was? Mit dem Aufsatz wahrscheinlich. Haben wir jetzt ein neues GPS-Tignal gekriegt? Ja, ja. Ja, ja. Wie weird. Komm nicht rein. Dieses Licht hier drinnen, ne? Munition. Nice. Dude, ich bin der Meinung, wir brauchen gleich Pistolen. Das ist der Effekt von dem Wasser. Das Wasser, ja, ja. Ja, wir müssen hier ins Wasser. Oh no. Das ist das Feature echtes, Leute? Musste das sein? Nein, bitte. Die sind nicht immer tot, aber... Ich glaub, ich glaub... Noch ein großer. Ich glaub, hier drüben. Schock hin, hau nochmal drauf. Ja, genau, genau, genau. Das Zeug muss raussprünnen, genau. Ich glaub, hier drinnen ist... Hier drinnen ist der hier auch sinnvoller. Hau drauf, hau drauf. Genau. Genau, du musst eben die Scheiße so rausprügeln. Genau, oder? Okay, fangen wir hier hinten an. Ja. Tauchgerät collected. Nein. Wo hast du das collected? Ah, hier. Er zieht's an, oder? Nee, hat er nicht, aber... Ach, ich hab keinen Bock. Tauchgerät collected, ja. Ja, let's go rein da. Hier ist eine Wand. Hier ist nix. Wo wissen wir denn, wie viel Luft wir noch haben? Äh, auf deiner Uhr. Achso, okay. Haben wir nicht mehr viel. Ja, auf jeden Fall gut runter. Da unten sind wir schon nicht schlecht. Ein Behindert, oder? Boah, es wird auch immer enger. Ach, komm schon. Oh Gott. Wir müssen atmen. Wir müssen atmen. Oh Gott, ich hab mich durchgequetscht. Wo sind wir? Kommen wir hoch raus? Ich bin da oben, da oben, da oben, wenn's geht. Ja, du kannst oben atmen. Wir sind draußen oben. Hä? Sind wir außerhalb der Hütte, oder was? Ja, 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 ja. Wo bist du, Tobi? Ich seh dich nicht mehr. Hinter der, hinter der. Wo sind wir hin? Äh, da. Da sind wir, im Meer. Richtung Berg? Richtung Berg? Ja, ich schwimme halt mal Richtung Berg. Oh, schau mal doch. Hier hängt einer. Meinst du, kannst du das Seil da oben kaputt schlagen? Und dann fällt er runter, oder so? Weil der hat garantiert, der ist den GPS-Tracker nicht mal. Hm, hat der auch. Ja, ja. Schau mal, ob ich den runterschlagen kann. Das haben wir nicht mal gesehen, beim letzten Mal. Nee. Wir haben nur auf den Boden geschaut, halt. Ja. Niemand hat von uns dann nach oben geschaut. Ja, ja, der ist runtergefallen. Wir sind Affen. Ich muss außen rumlaufen, sonst gibt es die Röpschen. Das ist ein Mensch. Taschenlampe collected. Nice. Oh, das gibt auch eine geile Atmosphäre mit der Taschenlampe. Da sage ich dir, wie es ist. Nicht so lila, sondern dieses bläuliche. Das ist wie denn eine Seilrutsche. Aber von oben nach unten, oder? Oh. Nee, da kommst du lang. Oh Gott. Wo bin ich denn jetzt hingekommen? Oh, hier unten. Das ist gut, dass wir runtergefallen sind. Hier ist eine Taucherflasche. Du weißt aber auch, was bedeutet, dass du eine Taucherflasche gefunden hast, ne? Ja, dass wir irgendwann mal nochmal tauchen müssen, vielleicht. Ja gut, dann müssen wir die nehmen. Oh. Die Wand geklatscht einfach. Ja, wir müssen auch da auch. Siehst du den großen Seen hier vor uns? Ach nein, Tobi, ich will doch nicht. Mann. Oh, nö, alter. Das Taschenlampe geht auch aus hier. Oh, ja, garantiert bist du mir immer da, oder? Ja, ja, safe call. Ja. Ja, und dann in die andere Richtung, ja. Ich sehe da ein Arschloch. Das ist geil, oder? Hat schon was, ja. Fritsch durchgespült jetzt im Salzwasser. Ja. Oh, da ist direkt ein Gegner vor uns, Alter. Schon ist er weg. Oh, noch einer. Wo ist sie hin? Ich habe dodged. Wo ist sie? Okay, so, da ist er. Oh Gott, da ist ein Gegner von uns. Ich habe keine Waffe. Oh Gott. Habe ich wohl, habe ich wohl, habe ich wohl. Ich kann, wenn du keine Lampe hältst. Ich habe keine Waffe, dude. Ich habe keine Waffe. Ich habe keine Waffe in der Hand. Du hast ihm den Schädel abgeschlagen. Manchmal reicht es auch einfach. Manchmal ist es auch gut. Hat das irgendwas zum Gleiden hier? Jumpt oder so, oder? Oh, kannst du noch? Oh, oh, Babys. Ninja Baby, Fußball Baby. Die schmeißen sich einfach so. Das ist ein Stück Scheiß. Die nehmen mir auch gerade viel weg, Alter. Hast du alle? Was? Ne, ja, ja, aber mehr haben sie sogar nicht. Oh, wo? Du, Miser, keiner. Ja, hat mich gerade geschissen oder so. Geht es da links rum bei dir? Ne, wir müssen gerade auswarten. Hier ist irgendwas neu. Oh, da ist die Schafe, oder? Oh, ja, ja, hier ist die Schafe. Aber was zum Fick ist das, was wir nicht haben? Was von uns ist? Die Musik ist krass. Das war wahrscheinlich, weil wir die Schafe gefunden haben, oder? Die Musik kann sein. Aber was ist das denn hier? Alter. Das ist ein Gebäude? Ja, ja, das ist ein glattes Gebäude.